hallo meine liebe und danke für die nachrichten und vor allen dingen für das feedback ich habe mir mal gedacht ich mache ein kleines video weil das ist einfacher das jetzt mal zu erklären weil sonst schreibe ich so mega mega viel ja genau und zwar genau also ich werde dir noch mal ich sag mal die preisliste oder diese info mail die ich immer so verschicke sowieso noch mal senden und dir aber auch den link hier zum video senden der ist jetzt öffentlich aber das ist ja die leute kenne dich ja nicht und nur wir beide wissen ja um was es geht also einmal danke noch mal für dein feedback und auch dass du erneut mich noch mal konsultiert und das auch alles gestimmt hat und eingetroffen ist und so genau und zwar das thema was du da jetzt anspruchs jetzt auch nicht welches thema wir sind ja in dem offiziellen video sage ich jetzt mal hier aber so das thema was du ansprichst da bisher ist nicht alleine auf der welt die jetzt ich sag mal danach fragt also das ist ja ich habe einen anderen einblick ich sag mal auf die welt wenn ich so will ja also natürlich habe ich auch nur einen kleinen ausschnitt den ich sehen darf aber durch meine arbeit ist das natürlich auch das hauptthema der leute und ich sehe so ein bisschen wo es hakt aber du mein mein angebot wäre dass wir uns wenn du möchtest wenn es mit dir so resoniert und du lust darauf hast dann würde ich schon fast sagen dass das mehr bringen würde wenn wir uns zu so einem skype gespräch oder nicht skype aber so zu einem video video call treffen würden also einmal hätte ich dann nicht nur deine energie für die karten ich habe ja auch deine daten also auch danke dafür dass du mir noch mal geschickt hast aber wenn du schon mal bei mir warst dann habe ich in der regel die daten auf jeden fall auch archiviert was einfach bedeutet dass ich nicht die zeit nehme um noch mal ich sag mal das rad neu zu erfinden sondern ich habe meistens die basisdaten schon da das heißt sie werden nicht neu ausgerechnet und die ganze zeit die ihr dann bucht neu die geht dann wirklich nur aufs thema damit wir da auch genug zeit haben und also am effektivsten meine liebe wäre es halt wenn ich dich zusätzlich dann auch noch sehen kann und vor allen dingen ja dass du mich auch siehst wie ich rede oder wie wir uns unterhalten also ich habe das gefühl das energetisch ganz wichtig gerade damit wir dieses thema auch auf jeden fall für dich gut lösen können aber wenn du jetzt sagst nö da habe ich keine lust drauf oder bin ich nicht bereit oder wie ich sehe da jetzt keinen nutzen du dann machen wir auch wieder einfach normales ich weiß gar nicht wie du das damals hat es ob du es als video hattest oder ob das als whatsapp noch mal war ja genau das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz sagen wir sind jetzt hier gerade fertig mit essen und ich wollte aber jetzt nicht das glas wein hier weil eigentlich stand das glas wein jetzt hier so habe ich mir gedacht wenn jetzt das glas wein hier direkt im vordergrund ist dann denkt sich ja auch die community woher bekommt die gute frau dann eigentlich ihre spirituellen also ich wollte sie ganz kurz schicken nicht dass das ich vergesse oder sonst wie und genau ja also link kommt und ich lade gerade hoch und du kriegst noch mal die info mail also bis dann tschüss tschüss